Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Viele stellen sich jedes Jahr erneut die Frage, muss ich meinen Rasen zuerst düngen und dann säen oder andersherum? Was meine Erfahrungen dazu sind und wie ich vorgehe, das erfahrt ihr jetzt. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, ist es wichtig, dass es nicht mehr zu kalt ist. Die Temperaturen sollten im Durchschnitt zwischen 8 und 10 Grad betragen, da sonst der Rasen die Nährstoffe nicht aufnehmen kann. Beim Dünger solltet ihr darauf achten, welchen ihr verwendet. Benutzt ihr organischen Dünger, dann könnt ihr den Dünger und den Rasensamen auch gleichzeitig verteilen. Hintergrund dazu ist folgende, organischer Dünger zersetzt sich langsam und dadurch gelangen die Nährstoffe nicht sofort in den Rasen. Beim mineralischen Dünger ist das etwas anders. Hier empfehle ich euch, erst zu düngen und dann nach circa vier Wochen den Rasen auszusehen. Nach dem Düngen nimmt der vorhandene Rasen bereits die Nährstoffe auf. Würdet ihr den Rasen mit mineralischem Dünger behandeln und gleichzeitig sehen, dann besteht die Gefahr der Überdüngung oder euer Rasen kann auch verbrennen. Der optimale Zeitpunkt zum Düngen ist April bzw. Mai, wobei ich meist schon Ende April, je nachdem wie die Temperaturen sind, damit beginne. Meist gibt es dann auch noch den ein oder anderen Regenschauer, sodass man sich das Wässern im Anschluss sparen kann. Auch der Spätsommer ist zum Düngen ein sehr guter Zeitpunkt. Hier vertikotiere ich meist meinen Rasen und bringe einen Herbstdünger auf. Gegebenenfalls sähe ich dann kahle Stellen nach. Damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Lexikon.